John Gay Bitte? John Gay hab ich gesagt Ja, John Gay Schon schwul war ich John Schnee, kennen sie John Schnee, ja? Von, von Gay auf Cones Ich dachte, du bist ein Bastard Ist das wirklich egal, Bill? Oh, Scheiße Der Raymond für die Dynamite Gott, verdammt Noch mehr hinter uns Oh, Scheiße Oh, Scheiße Ich bin gut, Arthur Oh, Scheiße Du musst sie nehmen Ich bin gut, ich bin gut Ich bin gut, ich bin gut Ich bin gut, ich bin gut Entocde ich den Hast du noch gescheitzt? Nein Ja bestimmt Richtig Sicher auf dem Ort Wir sehen uns, ob wir das zurückgehen können ohne sich zu füllen. Es ist ein schönes Spiel. Es ist ein schönes Spiel. Es kommt natürlich. Ich kann einen Drink nach dem. Ja, ich weiß. Es ist einfach nicht so einfach, oder? Oh, verdammt! Es geht mit dem, Arthur! Okay, ich versuche! Und dann, Quill! Wenn sie eine gute Schuss nehmen, dann fliehen die Königin kommt. Ich hoffe, dass keine Verlust in Vanghorm. Wir werden jetzt nicht mehr in Vanghorm. Wir werden jetzt nicht mehr in Vanghorm. Story Ja Natürlich Ja Zählten Zählten Kann nächstes auch mitmachen Ja, dann suchst du mich Ja, ich weiß Das ist so Jetzt müssen wir halt so, weil wie genau hat es nicht Der hat kein GTA Ja, wie genau, der hat kein GTA Deswegen muss jemand anderen Ne Ja Ja, der holt sich das aber nicht Das ist Aber ich hab das, ich hab das Ja, da Da hatte ich das ja auch Ja, du kannst doch deinen Charakter übertragen vom 360er-Wohnen Ich hab auch meinen gleiche damals Ich hab meinen kleinen Schmiererwohnen Ich hab meinen kleinen Schmiererwohnen Ja, wo der gebannte Bill Ich sehe Ja, ich weiß nicht Ich hab das nie Na, der spielt dich auf dem Heißer rum. Ja, weil... Naja, das ist immer Koba wird besser. Oder WF2 wird besser. Ja, ja. Und bald kommt dann das neue Fiefe. Eieieiei. Iotica. Natürlich. Na, bisher endet gut. Ja, das war eh günstiger, wie ich es jetzt gekauft hast. War ja im Angebot, glaub mich. Und jetzt ist es sogar wieder im Game Pass von wie letztes Jahr. Jetzt ist es wieder im Game Pass wie letztes Jahr. Und jetzt ist es kostenlos. Ja, du spielst ja selten Spiele durch, ne? Fängst du an, dann hörst du wieder auf mit den Spielen. Nee, aber du spielst selten Spiele durch, oder? Ja. Eine Story wird vernachlässigt. Das kennt man ja. Gar auch nicht so, nur dass du die neuen nicht durchspielst. Ach... Story... Story ist immer noch besser als online Spielen. Wir spielen eh nur. Lups. Ich bin noch nicht tot. Nein, natürlich nicht. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich... Ich... Ein Gelder, Strauss. Wer dir Geld verdient? Na gut, es gibt einen Besucher von Fort Wallace. Er geht zu ihm erst. Sie suchen ihn auf der Straße, neben drei Freundinnen. Der Mann ist J. John Weathers. J. John Weathers. Dann gibt es ein Miner in Annesburg. Er ist... Er ist Arthur. Er ist Arthur. Er ist London. Er ist ein Familie. Er ist ein Kind. Er ist ein Kind. Ein Mann zu tun? Ich habe versucht. Sie haben... Ihr... ...vigure. Vigure, hm? Alles klar. Er ist ein Kind. Herr Morgan, das ist ein Kind. Er 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 ist ein Kind.